Liebe Freunde von heute Morgen, heute wollen wir wieder testen. Und zwar will ich hier dieses Fahrgestell testen. Unten habe ich hier noch eine Haltung für die 63 Grad Kamera. So wollen wir jetzt alles mal ausprobieren. Ich bin hier länger nicht mal geflogen. Das heißt, ich muss alles kalibrieren wieder. Okay, fangen wir mal los. Lange Rede kurzer Sinn. So, den Akku mal richtig wieder montieren. Ich kann jetzt wieder in der Mitte raufpacken. So, das sieht aus. Okay, jetzt gucken wir mal, wie klein das aber fliegt. Ich finde die erste Sahne, ja. Ihr seht das Landegestell. Sahne. 3 3 F Ich mir jetzt wieder anfangen. das war nicht so gut, der Landanflug ist ein bisschen abgekippt, das muss man nur ein bisschen üben, also hier muss da ein bisschen aufpassen, was hier passiert ist, ok wie gesagt, es geht jetzt auch wieder Wind, was ich hier mal so ein bisschen unpraktisch finde jetzt probieren wir einfach mal unsere 30 Grad kann und reinzuschrauben, das mag ich gerade jetzt so viel Wind Ok, jetzt haben wir hier Flümmen so, es fängt an zu flümmen ab 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 Vielen Dank.